Hallihallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von StarRail. Wir haben uns ja jetzt bei einem Kampfturnier angemeldet. Ja, und die liebe Marge muss jetzt die Schwerttechnik erlernen. Und dafür haben wir unsere beiden Meister, also wir sehen jetzt gerade nur einen Meister, die andere ist anscheinend verschollen. Und ja, ich glaube mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen, was wir in den letzten zwei Folgen so getrieben haben. Also das ist jetzt unsere nächste Aufgabe, die Meisterschaften gewinnen und eventuell ein Preisgeld zu kassieren. Ah ne, es gibt ein Schwert, es gibt ja ein Schwert. Wir wollen das Schwert ja haben, aber Geld wäre auch nicht verkehrt. Und so ein Jahresvorrat an Kekse und so wäre auch nicht verkehrt. Aber okay, wir beginnen einfach mal. Hallo! Was treibt ihr denn hier? Hi! Warum bist du auch hier, Zhang Jing? Was für ein Meister wartet vor der Tür seiner Schülerin, Marge? Das hat deine Meister etwas Respekt. Hahaha! Okay. Achso, wartet. Ich muss hier was anmachen. Oh mein Gott, der Fortschie! Oh mein Gott, der Fortschie! Ist ja gut! Was w-was w-was wirst du da tun? Mich vermöbeln? Marge ist immer brav! W-was 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 w-w-was w-was w-was w-w? Hu! March is in your hands now, Yenqing. Don't be too easy on us. Oh, Downhang, gar nicht so. Ja, vielleicht. Okay. Seven Bart schwingt dir und Downhang zu und die beiden machen sich auf den Weg dorthin, wo sie hin sollen. Das stand da nicht, aber ich sag das jetzt einfach mal so. Sorry. Sorry. Oh, okay. Ist ja immer so drauf, ey. Oh nein, fangt er jetzt wieder an? I'm just showing you what Lafu etiquette is all about. She might be my apprentice, but it's customary for the master to personally escort their apprentice to the place of learning. As the host, I'll be teaching Miss March the essence of Lafu's swordplay, after which she'll emerge victorious in the war dance ring. You won't be complaining about Lafu's swordplay then. Stand aside, Rookie. Ho! Let me show you how we Ju-Ming-Swordmasters treat their apprentices. Ich trete lieber auch gleich zur Seite. Quickly. Over here, Miss March. This is a reverse mentorship gift from me to you. I hope you put it to good use. What's this? Sien-Jou clothing? It's so beautiful! Yeah! Oh! Sword practice requires precise movements. This outfit is tailored to fit perfectly and allows for smooth movements. I even added some small accessories. I put a lot of thought into it. You are awesome, Master Yun-Li! You are awesome, Durn! See? How can you compete with me? Okay. I'll teach March 7th the essence of Ju-Ming's swordplay so she can win the contest with my sword skills. Hmph. Actually, I've prepared something too. Mm-hmm. Huh? You have a gift for me too, Master Yen-Ching? Since you want to learn swordplay, Miss March, you'll need suitable weapons. So, I went out of my way to prepare a pair of swords. Oh, man! Oh, man! Wenn sie nicht antwortet, antworte ich. But I did my best to choose ones that look nice and are suitable for a beginner. I hope you like them, Miss March. Ja! Wenn sie nicht antwortet, antworte ich. Haha! Sorry, das war voll meine dreckige Lache gerade. Haha! 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 Ja, weil es so ist, March. Kurze Zeit später. Wuuuuh! Wuuuuh! Ahem! Ahem! All right! Let's get started with the training. The person next to me is a Cloud Knight Instructor I brought in. For your first lesson, try exchanging a couple of moves with him. Okay! Oh, sie sieht so süß aus! Mensch! Isn't that a bit too intense? Nein, alles gut. Alles geht mal. Okay! Okay! I'm ready! Okay! Let's go! Blühende Klinge des Herbstlotus. Alles klar. Oh! Guckt sie euch an! Sie ist so süß! Oh mein Gott! March, du bist so knuffig! Nein! Ja, bin ich. Ups! Na toll, der wird mich jetzt richtig vermöbeln. Keine Sorge, Fräulein Merz! Du bist mit dem Schwert immer noch unerfahren. Setze zunächst deine Fertigkeit ein und lerne etwas von mir. Okay. Verstanden. Ich bitte jetzt Meister Jean Ching, mir ein paar Tricks beizuträgen. Trinken. Oh, die Trinken. Was ist das? Das war wirklich ein Tee! Bubble Tea! Die Angriffe des Meisters können für 7 März, ja, wir haben es jetzt Deutsch und Englisch gemacht, Aufladung ansammeln und sie mächtige Fähigkeiten erlernen lassen. Okay. The Sword is like water. Let's go. Ja, hau ihn mal direkt um. Ja. Ist jetzt voll unnötig gewesen, aber es macht absolut gar nichts. Oh mein Gott, sie hat das jetzt gelernt. Oh. Nein solltest du nicht. Hier wird nichts Cooles gesagt. Oh, warte, sie hat auch ihren Old Ready. Woo! Was? Wir haben ja gar nichts gesehen. Warum ging dir das jetzt gerade so schnell? Ach so. Sie ist blockiert? Hä, wie ist sie denn blockiert? Ach so! Ah, es hat es jetzt gedauert. Okay. Okay. Warte, wir machen das nochmal. Oh. Oh. I get it. Wow. Oh, das war jetzt eigentlich blöd, ne? Egal, Leute, das war total dumm gerade vor mir. Der war eh fast down. Aber gut, es ist wie es ist, ne? Okay, also mach ich jetzt trink was? Oh, wie süß! voll der schlechte Kampf von mir, ey. I didn't expect the first lesson to be so intense. Miss Marches quick hands and a flexible body. Okay. She's a perfect fit for practicing law who's swordplay. However, she lacks strength and her strikes were a bit unfocused. Hey. But don't worry, that's totally normal for beginners. When she starts practicing dooming swordplay, she'll make heaps of progress. given the situation, I believe Miss March should start by working on her strength. Okay. Seriously. Do you actually know anything about swordplay or what? I could ask you the same thing. Dual swords require agility. So what's more important than footwork? I think I'll remember it again. I think she'll try to focus on her strength. We should address her weaknesses. The drawback of wielding two swords is not generating enough force. What good is being quick on your feet if you don't have strength? It's not like we're dancing here. Dancing queen! How to play to their strengths and work on their weaknesses. Start with what you're good at. Then tackle your weaknesses. That's the right way to learn. Hallo, kriegt ihr das nochmal hin? Oh Leute, ich kippe mir so lange ein bisschen Wasser ins Glas, okay? Wenn die nicht streiten, kann ich auch mein Glas nachfüllen, ja, ja. Wow, Blaschmark, wow, wow, war blocker. So, mir geht das Schwertraining von 7. März. 7. März. Begebt dich auf einen brandneuen Pfad. Ansehen. Neue Pfaden, die Jagd freigeschaltet. Zum Pfadwechsel auswählen. Wechseln, ja, wechseln. Wuhuuu! Okay, das mache ich später. Die Tage vergehen. Die Nächte werden kürzer. Ja. 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 In der Höhle. Ja. 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 Joida. Ja. 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 Wir werden hier richtig positiv an die Sache rangehen. Fang dich schon wieder an. Ah, das ist alles dankbar zu Ihren Gelegenheiten, Meister. Frau Marge, du hast wirklich den Händen von Duell-Swords gewonnen. Wenn du auf die Erwachsener gewonnen hast, versuchen verschiedene Sien-Zhou-Blades zu verbessern, kann dein Herz verbessern. Oh, lass mich sehen. Welche sword ist die größte? Single sword? Great sword? Oder vielleicht eine Flur-Sword? Ahhhh. Habt ihr es? Matsch, du denkst manchmal auch schon, du bist anstrengend. Aber die beiden! Wo ist denn dein Begleiter? Nicht, dass ich traurig bin, dass du jetzt hier bist, aber ich hätte gern beide gesehen. Und so. Wow, du bist der Fuchs mit dem pinken Haaren. Ist ja nicht so, als ob das nicht zu sehen ist. Das ist, wie wird er nochmal ausgesprochen? Zhao-Chi? Leute? Ich hab keine Ahnung. Fuchs mit dem pinken Haaren? Das machen wir. Pfft. What are you laughing at? You've got pink hair too. What? I'm Zhao-Chi. Zhao-Chi. Wow, ey. Werde ich morgen wieder vergessen haben. Ah, got it. So, you are the participant attending the war dance on behalf of the Yao-Ching. And you were trying to sneak a peek at our training? Sorry for the misunderstanding. I don't know anything about martial arts. I'm just here on the general's orders to take care of some official business. Miss, I didn't mean to interrupt your training. I'll be on my way. If you knew nothing about martial arts, why were you smirking earlier? Well, my curiosity got the better of me, I suppose. When I heard Miss March's pondering about what to learn, I couldn't help but wander over. From my professional experience, cleavers, slicers, chopping knives, and carving knives are all just tools. Kind of like frying, sautéing, boiling, and deep frying in cooking. Okay. They're just ways for people to show off their skills. How you use them really depends on the ingredients you're working with. It's like your sword teaching methods. If you align your ingredient, in other words, your apprentice's natural tendencies, with the right cooking method, by which I mean the teaching method that best suits her, she'll make double the progress in half the time. For example, golden eggplant tastes best when fried, cloud peppers when stir fried, and yellow boulder beef when simmered. Mhm. It's all about discovering the nature of the ingredients. Kochst du für mich? Jetzt habe ich Hunger. Jetzt habe ich Hunger. Jetzt habe ich Hunger. Jetzt habe ich Hunger. Are you a healer? Why are you talking about food? Well, it's just a metaphor. The medicinal school I follow on the Sanzhou Yaoqing is called the Ranja School. It specializes in food therapy. So it's only natural that I know a thing or two about cooking. So, you're the general's cook? I'm a healer. But anyway, a cook who isn't interested in health doesn't make for a good advisor. Fine. Call me a cook if you want. Okay. Seeing the way you're looking at me, it's obvious you think I'm just some feeble academic who likes to blabber on about martial arts. Yo, blab locker! Yeah, so cool. I know a thing or two about killing. After all, the art of healing inherently encompasses both life and life. And death. Warum redet dieser Typ plötzlich mit Kindern über so ernste Themen? Er wirkt ziemlich gestresst. Why is this guy suddenly getting all serious with kids? Do you recognize this bottle of medicine in my hand? Ne? No. Danke. This is called... Lethargie. Mm-hmm. 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 However, increase the dose or the potency, and it'll slow the metabolism, making the blood thin and resulting in the loss of all senses. Even long-life species cannot escape its effects. This thing can save lives or take them. It's more powerful than the swords in your hands. Okay. That may be so. But still, I prefer settling things with a sword than, you know. Huh. Looks like I did get you all wrong. You're not a feeble scholar. I'm a boozer. I'm a sinister and despicable one. Hey, hey, why the insults all of a sudden? I'm just sharing some medical knowledge here. Not persuading you to poison anyone. Naa! Huh? Seems like you get real excited when talking about poison. I can't tell if that's an honorable thing or sinister. Picture this. Two individuals. The one standing is full of malice. The other lying down is honorable and righteous. How can the one who's lying down label the one standing as sinister? In the throes of combat, where life and death hinge on a singular moment, every idea fades into nothingness. The only thing that matters is staying alive. Surviving the battlefield reshapes all notions of worth. Be it integrity or treachery. In my eyes, their significance is negligible. Perhaps you've underestimated Yunli and me, Mr. Zhao Cho. We may be young, but we've seen our fair share of war. Well, well. Then you should know that the war dance is nothing more than a contest. So why are you so focused on it? When I was appointed as the ringmaster for the war dance, I asked the general, We cloud knights are supposed to charge into the fray and slay enemies. Why do we have to swing swords in a ring just to please an audience? And this is how the general replied. To unsheathe your sword in a ring is no different than on the battlefield, as your sword reveals the might of all cloud knights. The war dance is the perfect chance to showcase martial virtue and forge alliances from all over the cosmos. When we unsheathe the sword without drawing blood, we not only display our might, but also the martial virtue of the cloud knights. That's quite an insightful statement, Yanqing. Well, my apologies for being so short-sighted. I've been on the Lawfu for quite some time, but I haven't had the chance to see the ceremony venue for myself yet. Hearing you speak so highly of it has piqued my curiosity. Would you mind showing me around? Yeah. You want to see the Skysplitter ship where the war dance will be held? Let's go! I bet you, Lee, and Miss March haven't seen it either, right? Well, then, I'll give you all a tour. Let's go! Uh, let's go! Let's go! Okay! Ja, sag ich doch schon die ganze Zeit! Uh! Zum Sternenhafen gehen! Sternenhafen. Da gibt's kein En noch. Uhu-hu! Oh! Schnüffelnase! Okay. Tududu-lü! Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! Schaut mal, sie hört sich das so wirklich mal an! Oder sie will meckern, ich weiß es nicht so genau! Tomorrow, when the bell rings and the ceremonial cannons roar, I'll be there representing the Cloud Knights of the Cian Joe Lafu, standing in the ring, ready to take on challengers from all over the cosmos. Since I was a kid, I've been training in swordplay and the art of war under the General. Every day, I'd swing my sword 10,000 times and then thrust it 10,000 times and then thrust it 10,000 times. Wow, ey! Ah, ich dachte, ich dachte, im 5-mack-a-bock mehr. Ich verstehe, dass ich nicht wie bei anderen Kindern bin. Ich habe niemals auf die Spiele und die Freiheit, die sie alle hatten. Ich habe nie gesehen, ich habe nie gesehen, ich habe nie gesehen, oder schwer. Even in der Mitte des Krieges, facing down savage abominations, ich habe niemals Angst, ich habe nie gesehen. Ich fühle mich stärker und stärker, und ich habe viele Verteidigungen in der Welt gebracht. Das ist das beste Gefühl in der Welt. Aber dann habe ich einen wirklich schweren Gegner, und nur ein Slash schattete meine Hoffnung in ein Tausend pieces. Das ist, wenn ich wirklich Angst habe für den ersten Mal. Vielleicht ist das, was der Herr Joachou bedeutet, mit dem Leben und dem Tod auf einen Moment einzigartig ist. Alle Ideen von Fähigkeiten und nichts zu tun. Nach dem, habe ich versucht, die Pfeifen und versuchen, sich zurückzuhren. Aber, egal wie schwer ich versucht habe, ich kann nicht sehen, dass ich mich wiederholfen habe. Oh, ein krankes Mann kommt schon wieder. Okay, ich glaube, der ist abgewogen. Ich glaube, er hat in letzter Zeit in fast dem Video Ich habe mich, warum ich mich weiterfahig aufzuhalten. Er sagte, dass die Grunde kommt von mir aus. Ich habe mich nicht verletzt, um diese Grunde zu finden. Aber nachdem ich mit dir, Herr Jocho, denke ich, dass ich das Grunde bereits habe. Als Mitglied der Klouden-Nights und der General-Generals, habe ich einen Moment auf meine Hände. Und ich weiß, dass es noch mehr gibt. Aber als ich mit dem Schrauben habe, fühlt sich so, dass ich alles verletze. Ich liebe das Gefühl, dass ich alles verletze. Oh, oh, oh. Ja, wie alt bist du denn? Kommt drauf an, ist er eigentlich auch ein Langlebiger? Dann ist er bestimmt schon 500 Jahre alt. Naja, das hast du jetzt grad ein bisschen dumm gesagt, ne? Wie kein Faublerater? Ich fixe ja die ganze Zeit. Ich hab doch mal locker, Mensch. Ihr beide, ne? Ihr kriegt doch irgendwann einen Schlaganfall in euren jungen Jahren. Nur weil ihr die ganze Zeit so gestresst seid und euch aufregt. Ich glaube, die beiden sind gar nicht einfach. Ich glaube, die beiden sind gar nicht einfach. Ich glaube, die beiden sind gar nicht. Ich glaube, die beiden sind gar nicht verletzt. Ich habe viele Schrauben geklärt. Ich habe viele Schrauben geklärt. Und es gibt viele Schrauben, wie die beiden... von euch. Was ist passiert, Herr Zhaochou? Oh, oh, nichts. Ich habe nur ein paar alten Freunde. Und alten Geschichten. Es ist so lustig, dass er immer wieder erwähnt, dass er ein Heiler ist, ne? Alle zwei Sekunden, ey. Die Gales. The upcoming fight... will definitely be impressive. Well, we've seen the Skysplitter and toured the Stargazer Navalya. I guess it's time to say goodbye for now. Byeeeee! What? You're leaving already? But you haven't asked me about my dreams. I've been working hard too, you know. It's getting late, Miss March. Unlike you lot, I'm a grown up bound by responsibilities and duties. The tasks entrusted to me by the General won't complete themselves. It's March nicht auch erwachsen. Also, die sind mindestens ja schon 18. Is it normal to have so many people wandering around in an automated area like the Stargazer Navalya? Actually, this is a restricted area. But since you're all guests, I made an exception. So, you could take a look around. I understand. Well, I'll take my leave. I wish you both the best of luck in the ring tomorrow. Tschau, tschau, winkt und geht dann. Ich hoffe, ich hab's richtig gesagt. Tschau, tschau. Das tut mir so leid. Oh, Mann! Tschau, tschau. Oh, Mann! Oh, Mann! Ja, doch nicht ein Tag davor. Boah. Genau. Genau. Ja, hier, er weiß, was Sache ist. Richtige Entscheidung, my boy. Okay. Äh. Warte. Okay, da lang. Da muss ich mich aber erst mal zurechtfinden hier. Ja, ich kam gerade gar nicht klar. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Mit meinem... Warte, wo bin ich? Wo bin ich? Oh. Oh. Was ist denn da los? Es sind die von vorhin, ne? Do you realize how many ships we need? I'm doing my best, all right? It takes time to figure all this out. When the guns go off tomorrow, all eyes will be on it. That'll be our only chance. How's that? Who's there? Hallo? Wir sind voll die Gang. Hi. Who are you guys? Ihr seid Nia. Why are there outsiders loitering in Stargazer Nevalia? And a bunch of kids at that. Mhm. Noch aufzähliger geht's. Ich... Ja, die Daule hat das gerade gemacht. Ich hab gar nicht übertrieben. Wese sagt was anderes. Ich bringe die Kleinen sofort von hier weg. Wen nennst du hier Kinder? Seht ihr? Ich sag doch, dass sie zumindest schon 18 sein muss. Ja, wir blühen hier auf dem Stargazer Nevalia. Wie, äh, wusch. Wuschi. Hä? Oh, der weiß nicht, wer er ist. Äh, big sis. Let's go. I, I wanna play in Everhunt Plains. Das ist so schlecht geschauspielert. Das geht gar nicht. Ja, aber wenigstens schnallt sie es. Ich meine, so schlecht wie der spielt, muss es ja schnallen. Wir verlassen euch auch. Bye. Goodbye. Could you repeat what you just said, Yenqing? Ah, sie schneit's nicht. Oh, der ist ganz rot. Ach so, okay. Oh, Leute. Fangt ihr schon wieder an. Dieser Wolkenritter hat Meister Shang-Shing, Xing-Shing, nicht erkannt. Scheint, als hätten sie der Sternenskiff-Produktionslinie herumgepuscht. Was? An der. Müsste nicht aber zumindest der Wolkenritter wissen, wer er ist? Oh! Oh! Okay. Äh, wartet. Da-dum-dum-dum-dum-dum. Oh! Okay, ein Foto von den verschwörerischen Gestalten machen. Während der Mission musst du noch mehr Ziele erfüllen, um die Mission abzuschließen. In der oberen linken Ecke des Fotoapparats werden die Kriterien für das Ziel angezeigt, das fotografiert werden muss. Wenn du alle Anforderungen für das Fotografieren erfüllt hast, kannst du auf den Auslöser drücken, um die Aufnahme abzuschließen. Versuche möglichst alle Anforderungen zu erfüllen. Zu verfüllen, wollte ich gerade sagen. Benutze den Vierfach-Zoom. Okay. Sexy! Hey. Wow! Oh, hat das gerade gelaggt? Hä? Das sah so, als hätte ich gerade gelaggt. Das muss ich nachher nochmal im, im, äh, Video gucken. Screwed. So, are they Smugglers? What exactly are they up to? I have no clue. But they seem to be moving those crates. I've got an idea. We can hide inside the crates and follow them. Okay. Okay, dann, äh. Ah, wollen wir da wirklich reingehen? Wir wissen ja dann nicht, wo wir landen werden, ne? Ihr habt uns die kurze Abwesenheit der Gruppe, um euch vorsichtig einer Kiste zu nähern und hineinzukriechen. Ah, ihr seid jetzt alle drei in eine Kiste gegangen, ja? Okay. Ihr hört, wie jemand in der Nähe der Kiste auf- und abgeht. Wenn jemand in diesem Moment die Kiste öffnen würde, würdet ihr mit Sicherheit entdeckt. Doch ihr habt Glück. Der Schwimmmechanismus an der Unterseite der Kiste wird aktiviert. Du fühlst, wie sie langsam vorwärts gleitet. Nachdem ihr gefühlt ein ganzes Bernstein-Zeitalter lang schweigend den Atem angehalten habt, hört ihr, wie die Kiste auf dem Boden abgesetzt wird. Let's just put the cargo here for now, alright? Then we move on to inspect the ships. Lord Moktax said that as soon as we came, we're to board the freight skiff and leave this place. Don't worry, I've changed the shipping schedule. You two, come with me. Die Schritte entfernen sich, was das Signal für euch ist, beruhigt auszuatmen. Es ist so, wie sie sich über die Skiff und Stargazer-Nivalia zu sprechen. Sie sprechen immer über die Regeln, aber woher sie kommen, und was sie wollen mit der Siengeo machen? Sie sind definitiv an etwas Schmerz. Warte, sie verabschieden, wir schauen uns an sie. Oh, wow! Die Verfeierung läuft, Leute. Wuhu! Wuhu! Geh weiter, Kumpel. Geh weiter. Ja! Volle Konzentration, Leute. Verstanden. Wuhu! Oh, ey, yo! Keine Ahnung, was ich gerade sagen wollte. Ja, solche Geräusche muss man machen. Wuhu! Ja? Die müssen sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Okay. Er ist so paranoid. Wow. Also, das kann, glaube ich, jeder gerade lesen. Warte! Wuhu! Ja, konnte ich denn riechen, dass der einfach stehen bleibt? Schau doch nicht immer so nach hinten! Hmm. Ja! 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 schnell! Schmeiß! Was sind sie denn? Sie sind alle übrigen Einrichtungen der Einrichtungen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass sie nicht Mitglieder der Schleifung des Schleifers, der Schleiferschaft, oder die Cloud Knights. Das ist sehr zu schweizig. Okay, Ziel gefunden. Benutze den Dreifach-Zoom. Oh, 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 ich kann sogar schon ein Foto machen. Meine Güte, ich war doch noch gar nicht so weit. Ich wollte doch noch lesen, was da steht. Ich werde die anderen wissen, und habe sie vorbereiten mehr Star Skiffs. Okay. Once we're past the checkpoint, there will be Beast Ships waiting for us. Lord Moktaak is ready. Moktaak. The revival of our ancient bloodline. All hinges on this operation. Sehr gut, ey. What did he just say? Beast Ships? Was ist denn... Ach so. Hallo, wir sind... Die Kinder-Gang. Wow, 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 wow. Wow, bleibt doch mal locker, Leute, ey. Ach so, ich habe dir gar nichts gegeben, ne? Oh, Gana-Gana ist weg. Verdammt. Und ja, ich muss brüllen. Das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Ich hätte mal gucken können, was da abgeht, ne? Oh, okay. Bitte stirb dich. Ich habe keinen Heiler. Boop, 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 boop. Oh. Töte nicht mein... Oh, mein Gott. Oh, Leute, das war so knapp. Wo ist mein Heiler? Oh, nein. Oh, nein. Äh, äh, ich glaube, dass, ähm, äh, 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 das, ähm, 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 äh, Team neu ausstellen. Geht das dann? Muss ich sie nehmen? Okay. Äh, wem nehme ich denn dann erstmal raus? Robin? Ja, sorry, Robin. Ich brauche meinen Heiler. Wo ist mein Gala? Es geht ja eben sowas von damn in die Hose, ey. Wurst? Oh, so gefallt. Ich ging das gerade in die Hose. Warum fangen die im Übrigen auch an, ey? Die kämen dich ja schon direkt instant. Ja. Jetzt, jetzt habt ihr es, ne? Geiler, geiler, macht euch fertig. Sieht gleich viel besser aus, ne? Oh, er hat sich hochgehaltet. Oh, egal, gleich. Am Ende. Oh, der hat sich hochgehalten. Oh, I get it. I get it. Das ist so süß. Der Mondwahnsinn ist beendet. Okay, das war jetzt etwas übertrieben, mein kleiner Freund, aber okay, ist okay. Borisin. Borisin. Man, sag das doch richtig. Die Borisin haben die Shancho-Flotte infiltriert. Wie haben sich die Borisin als Foxianer getarnt? Wie haben die Borisin geschafft, die Sienjo? Es ist nicht nur ein einfaches Wettbewerb, um unsere Kleidung zu verwenden und zu schäfen, ihre Hüsteren. Sie sind irgendwie able, um ihre Appearance zu verändern, um nicht verständigend aus den Foxien zu sein. Sie haben sogar die E-Dienste für die Skyfaring-Kommission, die Artisanship-Kommission und ... und ... und ... die Cloudknights? Ich muss das Fake Cloudknights-Tag schauen. Vielleicht wird es uns ein paar Beispiele geben. Ja, wir warten doch. Oh, das ist der! Der Ältere! Ich erkenne doch seinen Rücken! Den haben wir doch ganz zu Anfang gesehen. Das war der, der gesagt hat, es laufen hier ziemlich viele Leute rum, oder was auch immer er gesagt hat. Ihr wisst schon, wen ich meine und was er gesagt hat. Okay, let's go! Währenddessen im Thron der göttlichen Vorsäge. Wuhu! Geht ja voll ab hier gerade. Zurück zu Anjo! Äh, Anjo! Wuhu! Triff dich am Thron der Göttlich-Vorsägeung mit Fei Shao! Hallo! Na? Take the girls? Sieht aber auch hübsch aus. Ich bin der geile Anjo! Wer weiß der ist? Mein Nickname ist Ultimate Ins Gesicht. Ja, wir sind hier, um deine Fragen als Zeugen zu beantworten. General Jingyuan hat uns nichts über deine Absichten erzählt. Oh nee, das wäre fies. Du bist wegen der Wiederbelebung des Himmelsworms hier, nicht wahr? Ja, ich bin der. Ich bin halt ein direkter Mensch. Gefällt nicht jedem, aber was ist das, was muss sein? Wir tun einfach wieder so intelligent. Okay. Wir tun einfach etwas interessantes, was die Geist des Himmels zu können. Das ist gut. Wir tun uns das Himmels. Aber es war, es ist ziemlich anders als die Ruin Legion's usual style für die Geist des Lebens. Woever die Geist des Himmels sind. Doch, ich fühle mich gerne direkt angegriffen, weil ist so, ich bin eine Frau. Okay, also sagen wir die Wahrheit, ja dann leg mal los, girl. Ja, genau, wissen wir das ja auch nicht. Also doch, wir wissen, dass zwar meine Zeit lang mit Kafka gereist sind, aber wir wissen nichts mehr darüber. Das hat mit dem Stellaron zu tun. Wir wollen das Gute tun, dass sie über eine Verbindung zu dem Stellaron Jäger spekulieren. Über Elyas Prophezeiung reden. Also entweder eins oder vier. Mit dem Stellaron? Ist wahrscheinlich das Beste, oder? Ja? Ist das Beste? Stellarons act as roadblocks on the silver rail and pose risks to the warping process And that's why dealing with Stellarons issues is part of the duty of the nameless Ah, I've heard about those problems caused by Stellarons The Express Connection is world so it makes sense for you to take care of this The cosmos is a mess and the trailblazers are just doing their best to fix it I understand Let's move on to the next question The report suggests that Don Shue, the master of the disciples of Sanctus Medicus, colluded with the Lord Ravager and used the power of the Stellarons to resurrect the Ambrosial Arbor But here's the thing, Don Shue was just a chief alchemist Even if she colluded with our enemies and summoned the Stellarons Wow, how did she manage to go past the video? Blablablablablabla If she would have fallen into chaos And there wouldn't have been the opportunity to bring the Stellarons to the roots of the Arbor unnoticed And Vibeatar Luye was exiled due to his own crimes Now Don Hung as his reincarnation is free from his sins Aber so ist es ein Schicksal! Aber so ist es so schnell! Aber so ist es so schnell! press the plague mark it's hard not to think about the stakes involved right according to the report lord ravager fantilia is the mastermind behind the entire conspiracy she disguised herself as an emma cassiter of the sky fairing commission and traveled with you only to what it seems to convenient to label her as a scapegoat fushuan die höchste wahrsagen kann das alles persönlich bezeugen fantaia ist ein heliobos fantaia wollte unbedingt die macht des himmelsbaum haben sie schweigern zu antworten ja sie ist ja ein heliobos gewesen der ist dieses nicken in trock through the creation fairness on the lawful accidently releasing the heliobos finn feier sie und inside this can be used as circumstantial evidence if elder hua yen accepts the explanation so do i wow wow was für ein blick ey kannst du ein bisschen nach oben gehen mit der kamera so what do you think general feisha of the doubts in the report been cleared the two nameless have been honest in their answers even though there are some tricky details my intuition tells me there is nothing wrong however the three questions i posed earlier were not just for the nameless but for you too general jing yuen first the disciples of sanctus medicus grew uninterrupted on the law fu yet the six charioteers were not aware of it that was a dereliction of duty oh ho ho myself is this one of those who told me Hmm 선�o how i i Was das Ihr line of thinking? Oder The Ten Lords? Von der Momenten I walked in, I made it clear that the questions I'd ask might not reflect my actual thoughts. The Disciples of Sanctus Medicus were deeply rooted and have been plotting for a long time. I admit it was my negligence for not noticing it earlier. As for the Steleron Hunter's prophecy, I didn't believe all of it. But in the end, the Law Fu did survive the Ambrosial Arbor crisis. So, I think it's safe to say that Elio's prophecy about the future, and as for the war dance, do you think I'm unaware of the risks? However, risks can also be opportunities. The Law Fu has lain low for too long. I believe it's time to stir up the dregs hidden in the depths and wash them away once and for all. Da ist direkt Starway gerade abgestört. Das ist mir aber hier auch, glaube ich, auch noch nicht passiert. Meine Güte. So, what are your thoughts on all of this, General Fei Shao? As a fellow Arbiter General, I fully understand the difficulties of this position. Personally, I think all these rumors are meaningless drivel. Across the Sea of Stars, the Divine Foresight knows better than anyone else what happened on the Law Fu, and the meaning behind it. Just as what happened on the Xianzhou Yao Qing recently. The Scouts of the Verdant Knights have sent back reports that Borisen are making trouble again. The Borisen packs that were once divided and scattered have started swallowing each other up, forming larger and larger packs. Moreover, there's an entity named Mongus behind it all. An entity? According to the report, this entity isn't actually a Borisen. It's a woman claiming to be the messenger of the Master of Immortality. She's described as having 12 faces and 12 pairs of fangs, as cruel as poison and as elusive as quicksand. The Borisen believe she'll give them a chance to rise again. That's Ventilia. Oh! That's right. You're lucky that I'm the one who came this time. If it were the Patina Justice or the Seer Strategist, this conversation might not be so friendly. I've always had faith in my instincts, so I don't doubt your good intentions. But the Alliance has its fair share of questions and doubts about the Law Fu. So, my plan is to come up with an acceptable answer to satisfy the Alliance. What's in this plan, General Fei Shao? General Jing Yuan, you already know what has to be done. But since you don't want to be the bad guy, I'll take care of it for you. You need the final word from the Ten Lords Commission to quell any doubts. And for that, I'll have to ask the two names to visit the Sheldon Prison. Okay. Verhaftest du uns? No, I'm not in prison. No, that's so. What? That's so. Aber sobald wir unser Fuster reinstellen, dann war's das. Ja, nee. Ich auch. Ich bin dagegen. Wirst du uns erlauben, zurückzukommen? Äh. Wirst du uns erlauben, zurückzukommen? I'm worried that I might go back on my word and keep you in the Shackling prison? Relax. If I wanted to do that, you'd be behind bars. Once you're done with your testimony, you're free to come and go as you please. Good. Ben, as the Merlin's Claw requests. Oh, there's one more thing. This testimony is for silencing the voices of opposition within the Alliance. But I would like to urge General Jing Yuan to listen to the pleas of the Foxians on the Siencho Yaoqing. So, you are here for Hulei. Exactly. Hulei is locked up in the Lawfus Shackling prison. Since he is the Broodlord of the Borisin, I will test them out to the Sunjo Yaoqing and the prison come back. We're still here for over a minute. The recent movement of the Borisin suggests they're planning something big. So, we must act preemptively. It makes sense to have the Foxians keep an eye on their arch nemesis. Since you trust my judgment, I'll repay that trust. What do you think about all this, General Huayin? I was worried this would turn into a heated argument, but it seems like both of you are on the same page, solving each other's problems. I couldn't have asked for a better outcome. And as for Hulei, I'll send my lieutenant Jocho and Mozart to check on his condition, die beiden. Geh zum Eingang des Kerkers der Ketten. Nee, aber nicht mehr heute. Ich will doch nicht in den Kerker. Ich verschwinde erstmal. Ciao. Und damit verabschiede ich mich auch von euch, denn ich verdünnesiere mich ja bald direkt. Er will schon ins Gefängnis, Mensch. Naja, naja, kommt man nicht wieder rüst. Ja, Ruhe, my boy. Wir haben hier gerade eine richtig ernste Diskussion am Laufen. Also dann, meine Lieben, ich danke dir wieder fürs Zusehen und wir sehen uns dann demnächst wieder, wenn wir uns ins Gefängnis begeben. Oh, mein Gott. Okay. Aber gut, was sein muss, muss sein. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.